Rock'n'Roll bedeutete in diesem Zusammenhang eben Freiheit, Spaß, Quelle körperlichen Genusses. Darin bestand eine der bedrohlichen Herausforderungen dieser Musik. Sie bot einen Hauch an Möglichkeiten, der quer stand zu den Erfordernissen der Arbeitsverhältnisse und der ihnen komplementären Freizeit. Sie verhieß einen Überfluss an Sinnlichkeit, Reizen, Freuden und Energie, dazu die Erfahrung solidarischen Handelns in der Gruppe Gleichaltriger. Alles Dinge, die im Produktionszusammenhang der Lohnarbeit noch nie einen Platz beanspruchen durften.